Wem gehört das Land Israel? Pierre Vogel antwortet, vom 27.10.2023 ist er auf einen Kommentar eingegangen, in dem ihm geschrieben wurde, auf der ganzen Welt gibt es nur dieses kleine Plätzchen für das jüdische Volk, nämlich Israel, und das macht man ihnen streitig. Das Land gehört ihnen schon seit 3500 Jahren. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Pierre Vogel daraufhin geantwortet hat, nämlich, welches Land gehört dann den Tseux-Indianern? Welches Land gehört den Azteken? Welches Land gehört den Aborigines? Stell dir mal vor, du machst heute einen DNA-Test und dann wird festgestellt, oh ja, du hast in der DNA zufälligerweise 50% polnische Abstammung. Kannst du dann nach Polen gehen und sagen, ja, ich hätte gern ein Haus dort, bitte geht mal hier raus, ihr wohnt ja hier. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Nun, wir werden ja sehen, was Gott ernst meint und was nicht, wenn wir uns gleich mal anschauen, was in der Bibel prophezeit wird. Aber man kann natürlich als Atheist oder Moslem das nachvollziehen, was geschehen ist dann in Amerika, als man die Indianer vertrieben hat oder als man in Australien die Aborigines vertrieben hat. Aber eins kann man hier schon mal feststellen, dass alles sind keine Argumente, denn laut Bibel hat Gott keinen Bund gemacht mit den Indianern, keinen Bund mit den Azteken oder den Aborigines oder den Polen, sondern mit Israel. Und das ist eine ganz andere Sache. Deswegen, diese Argumente hier mit Azteken und den Aborigines sind keine Argumente. Pierre Vogel hat außerdem noch ein Video gemacht am 18.10. mit dem Titel Haben die Israelis den Araben Palästina geraubt oder nicht? Nun, die Antwort ist natürlich eindeutig nein, denn das nennt man Demokratie. In einem Artikel vom 29. November 2017 wurde berichtet über die Gründung des Staates Israels demokratisch ausgerufen, Samstag, der 29. November 1947 in New York. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen stimmt über Resolution 181 ab. Ein unabhängiger jüdischer Staat. Der UN-Entteilungsplan wurde mit 33 zu 13 Stimmen bei 10 Enthaltungen angenommen. Während die westlichen Staaten und die Juden in Palästina die Teilung begrüßten, stimmten die arabischen Staaten geschlossen dagegen. Direkt nach der Ausrufung der Staates Israel im Mai 1948 wurde er von seinen arabischen Nachbarn angegriffen, doch am Ende des Krieges war der jüdische Staat größer als im Teilungsplan vorgesehen, weil Israel zum Erstaunen der Weltöffentlichkeit tatsächlich gegen diesen Krieg gegen die Araber gewonnen hat. Und das nennt man wie gesagt Demokratie. Der Staat Israel wurde demokratisch ausgerufen, es wurde demokratisch bei den Vereinten Nationen abgestimmt, ob es einen jüdischen, unabhängigen Staat geben soll oder nicht. Und das hat den arabischen Staaten natürlich nicht gefallen, aber somit erfüllte sich eine Prophezeiung trotzdem aus der Bibel. Wir lesen, wir sehen hier oben ein Bild der Palestine Post, wo geschrieben steht, State of Israel is born, der Staat Israel wurde geboren. Und in Jesaja 66, Vers 8 wird prophezeit, wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Und das gefällt den arabischen Staaten nicht, deswegen war die Geburt des Staates Israels eine sehr schwere Geburt. So heißt es, noch in der Gründungsnacht der Staates Israels erklärten Ägypten, Saudi-Arabien, Transjordanien, der Libanon, der Irak und Syrien dem neuen Staat den Krieg. Und diese Länder sehen wir ja auch heute, egal ob es Irak und Syrien sind, die von den Mullahs im Iran unterstützt werden, oder ob es auch der Libanon ist mit der Hezbollah, was einst war, wird wieder geschehen und geschieht aktuell. Und trotzdem hat Israel diesen Krieg gewonnen, so wie Israel auch den Krieg gegen die Hamas gewinnen wird. In seinem Video haben die Israelis den Araben Palästina geraubt oder nicht, bringt Pierre Vogel folgendes Argument vor, indem er David Ben-Gurion zitiert, dem sozusagen Gründungsvater des Staates Israel. Er soll nämlich gesagt haben, wenn ich ein arabischer Führer wäre, würde ich nie einen Vertrag mit Israel unterschreiben. Es ist normal, wir haben ihr Land genommen. Nun, zwei Dinge grenzt Pierre Vogel total aus und versucht da irgendwelche Ausflüchte sich einfallen zu lassen, nämlich bei den zwei Sätzen, die hier blau markiert sind. Er sagt, schau doch mal, selbst David Ben-Gurion hat gesagt, ich würde niemals einen Vertrag mit Israelis unterschreiben und sie haben ihr Land genommen. Ja, aus der Sicht der Araber war das ja auch so, aber nicht aus der Sicht der Juden, denn wie David Ben-Gurion gesagt hat, das Land wurde ihnen von Gott versprochen. Und es ist nun mal eine Tatsache, dass der Gott der Juden nicht der Gott der Muslime ist, genauso wie natürlich unser Gott, unser Gott der Christen auch nicht der Gott der Muslime ist. Die glauben an einen anderen Gott, an einen anderen Propheten, dem sie folgen, Mohammed, und ein anderes Buch, dem Koran, dem wir als Christen ablehnen, genauso wie die Juden natürlich. Und deswegen schauen wir doch mal, was Gott den Juden und Israel versprochen hat. Unser Gott, nicht der Gott der Muslime, sondern der Gott der Juden und der Christen. Ihrem Jahr 16, Vers 15. Wohin sollten die Israelis also zurückkehren? In das Land, das Gott ihren Vätern gegeben hat, den Juden, den Stämmen Israels, in das Land ihrer Väter. Wir schauen uns auch noch zwei andere Propheten an, beziehungsweise drei. Zunächst der Prophet Hesekiel, Kapitel 34, Vers 13. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen, die Israelis, und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Es gehört nämlich Gott und Gott gibt das Land, wem er will. Und er hat es den Israelis gegeben. Ob das jetzt den Arabern, den Muslimen gefällt oder nicht, spielt ja keine Rolle, weil Gottes Wille geschieht und nicht der Wille der Menschen, vor allem in der Endzeit, in der wir leben. Hesekiel 37, Vers 21. So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich werde die Kinder Israels aus den Heidenvölkern zurückholen, unter die sie gekommen sind und sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land führen, in das Land der Kinder Israels. Hesekiel 39, 28. Daran sollen sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, also an das, was Gott vollbringt mit den Juden, sie nach 2000 Jahren wieder in ihre Heimat zurückzuschicken. Und Gott hat, wie gesagt, keinen Bund mit den Indianern, Aborigines, den Polen oder Azteken, aber mit Israel. Aber erkennen das die Muslime? Dieses Wunder, die Rückkehr der Juden nach 2000 Jahren, genau wie es prophezeit wurde? Nein, daran sollen sie aber erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, weil ich sie unter die Heidenvölker in die Gefangenschaft führen ließ und sie nun wieder in ihr Land versammle und keiner von ihnen mehr dort zurücklasse. Wie ist das nun in Zukunft? Werden die Juden jetzt, wo sie schon mal da sind, wieder gehen? Was ja der Plan von vielen Regimen ist auf der Welt, die islamisch geführt werden, wie dem Iran und anderen Nationen, in Gaza zum Beispiel? Nein, Amos 9, Abfass 14. Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden und ich werde sie einpflanzen in ihr Land, in Israel. Und sie sollen aus ihrem Land, das ich Gott ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Ja, aber unser Gott ist nicht ihr Gott und genau das ist das Problem, sonst hätten sie ja dafür Verständnis. Würden die Araber keine Muslime sein, sondern würden auch sozusagen der Gott an den Gott der Bibel glauben, würden sie sagen, ja herzlich willkommen, jetzt geschieht die Prophezeiung, ja dann, wenn Gott es sagt, dann macht es, Gottes Wille geschehe. Aber ihr Gott ist nicht unser Gott und ist nicht der Gott der Juden. Aber wenn wir schon beim Palästina-Konflikt mit Gaza, mit der Hamas sind, schauen wir doch mal, was der Gott der Bibel, der einzig wahre Gott, über Gazas Zukunft und die Juden prophezeite. Oh, das wird Pia Vogel gar nicht gefallen, aber hör genug zu, hör genau zu, was Gott sagt. Zephania 2, Vers 4. Denn Gaza wird verlassen. Wir, den Bewohnern des Landstrichs am Meer, dem Gazastreifen. So wird heute auch in der Politik wird auch der Gazastreifen als Landstrich am Meer bezeichnet, genauso wie in der Bibel. Denn dieser Landstrich soll dem Überrest vom Haus Judah, den Juden, als Erbteil zufallen, dass sie, die Juden, darauf halten. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden. Antisemitismus, Holocaust, Verfolgung und das alles gehört der Vergangenheit leider nicht an, weil die islamischen Nationen jetzt sozusagen Israel den Krieg erklären. Aber Gaza wird den Juden gefallen, Gott wird sich ihrer wieder annehmen und ihr Geschick wenden. Sie sind kein Opfer mehr und auch keine Täter in dem Sinne, sondern sie sind in der Lage, sich nach 2000 Jahren selbst zu verteidigen und ihr Land, das Gott ihnen gegeben hat, auch. Gott sei Dank. Kommen wir damit noch kurz, weil wir ja Pia Vogel, wie wir gesehen haben und seine Argumente mit Azteken, Indianern, Aborigines ja nicht ernst nehmen können. Schauen wir uns an, was doch Pia Vogel noch über den Antichristen zu sagen hat. In einem Video von 2012 mit dem Titel, wer ist der falsche Prophet in der Bibel? Pia Vogel sagt, Paulus hat die Religion von Jesus verändert. Paulus ist der Antichrist. Also zunächst mal hat Paulus keine Religion angehört, beziehungsweise Jesus nicht. Jesus gehörte weder dem Judentum an, noch dem Christentum, das erst später entstand. Jesus war Gott, dem Vater treu, seinem Gott und unserem Gott und nicht etwa eine Religion. Wir Christen, wir folgen keine Religion, wir folgen dem Christus. Das ist der Unterschied, weil Muslime folgen eine Religion. Wir nicht. Und Paulus soll der Antichrist sein? Ich dachte doch im Islam, der Dajjal taucht am Ende auf, der nur irgendwie ein Auge hat, blind ist auf einem Auge und so weiter. Aber Paulus, der Antichrist, war schon vor 2000 Jahren da. Also kommt ja keine Endzeit mehr, weil der Antichrist kommt doch in der Endzeit sogar laut Islam. Hat das denn Pia Vogel vergessen? Paulus soll der Antichrist sein. Nun, Paulus ist bei Pia Vogel und bei vielen Muslimen sowieso sehr unbeliebt. Kein Wunder, denn Paulus alleine, allein die Briefe von Paulus widerlegen den Islam schon klipp und klar. Wir schauen uns nun nur zwei Beispiele an und ich könnte so viele bringen. Nämlich im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11 und in Galater Kapitel 1, da schreibt Paulus, der Antichrist angeblich, Wenn ihr also den Islam nicht angenommen habt, liebe Christen, oder euch nicht verführt haben lassen, liebe Juden oder wie auch immer, habt ihr das gut ertragen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen, wie Pia Vogel. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als das Evangelium verkündigen, der sei verflucht. Und was war bei Mohammed der Fall? Ein Engel vom Himmel, Engel Jibril, der angeblich Engel Gabriel war, hat Mohammed in einer Höhle dann den Koran rezitieren lassen. Und das ist in der Tat kein Wort, was vom wahren Gott kommt, weil er allem, was in der Bibel steht, widerspricht. Deswegen, Paulus alleine widerlegt schon den Islam. Aber schauen wir uns doch an, was steht denn geschrieben über den Antichristen? In der Bibel, im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 22, heißt es, Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Damit ist gemeint, dass Gott unser himmlischer Vater ist und dass Jesus der Sohn des Vaters, der Sohn Gottes ist. Und, wie er da kann ja nachlesen im Koran, allein in Surah 9, Vers 30, heißt es, dass alle Christen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, von Allah verflucht werden. Das heißt, Muslime lehnen ab, auch wie Pierre Vogel lehnt ab, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wer das tut, ist wiederum laut Bibel ein Antichrist. So leid es mir tut. Lassen wir doch Jesus selbst die Frage beantworten, ob er der Sohn Gottes ist, denn er kennt sich besser als Mohammed oder Pierre Vogel. Dazu schauen wir ins Matthäus-Evangelium, ins Lukas-Evangelium und auch noch ins Johannes-Evangelium. Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn. Da sprachen sie alle, bist du also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, denn ich bin es. Wieso sagt er dann zu dem, den der Vater geheiligt hat und in die Welt gesandt hat, du lästerst? Weil ich etwa gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn. Das ist für die Juden, für die Pharisäer und Schriftgelehrten damals eine Lästerung gewesen. Und Muslime wie Pierre Vogel sind nicht besser, denn sie glauben auch, man lästert Gott. Wenn man sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, aber es ist eine Lästerung zu behaupten, Gott hat keinen Sohn laut Bibel. Also einer lästert. Wer das sein wird, werden wir ja in der Zeit erfahren. Deswegen lasst euch nicht verführen von Verführern wie Pierre Vogel, denn von der Bibel hat er leider keine Erkenntnisse. Er mag sich gut im Koran auskennen. Aber was bringt es, wenn man alles über einen falschen Gott weiß, aber den wahren Gott nicht annimmt? Macht es besser als er. Und wer weiter noch sich schlau machen will über seine Aussagen und wer Paulus wirklich war, was er wirklich noch geschrieben hat, der kann sich gerne das Video vom 25. März 2021 in Gänze anschauen. Pierre Vogel hat einen Vogel, ist Paulus der Antichrist. Da bin ich ausführlich nochmal darauf eingegangen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt das Video. Abonniert gerne den Kanal, unterstützt den Kanal, wenn ihr möchtet. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie nicht den Koran, lesen Sie die Bibel, fragen Sie den wahren Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht. Der König von Israel, der Richter der Welt, der Friedefürst, der König der Könige, das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der Sohn des allmächtigen Vaters im Himmel. Jesus Christus. Amen. Wacht auf. Salam Aleikum. Friede sei mit euch, aber durch den wahren Gott. Amen. Jetsch. 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 Bis zum nächsten Mal.